So, wie versprochen, wollte ich dir erklären, wie die Gitter-Multiplikation funktioniert. Und das wollen wir jetzt auch gleich machen. Und zwar anhand von dem Beispiel, was wir im letzten Video gerechnet haben. Also das war ja 27 mal 48. Das haben wir hier schön im Gitter aufgezeichnet und gerechnet mit diesen Diagonalen. Und lass mich das einfach hier auf der Seite nochmal nachstellen. Also wir haben ja hier 2 und 7 und 48. So, und dann haben wir unser Gitter eingezeichnet. Für die 2 und die 7 jeweils eine Spalte und für die 4 und die 8 jeweils eine Reihe. So, und dann haben wir eben diese Diagonalen eingezeichnet. Und du denkst ja wahrscheinlich schon, dass die relativ wichtig sind. Und das ist auch so. Das ist der Hauptgrund, warum die Gitter-Multiplikation überhaupt funktioniert. So eine andere, also warum gibt es die Diagonalen überhaupt? Und die Diagonalen sind eigentlich nichts anderes als unsere Stellen. Und zwar ist das hier die Einer-Stelle. So, das ist die Einer. Das sind die Einer hier drin. Dann lass mich mal hier in Orange vielleicht. Das sind die Zehner. So, was haben wir denn noch für Farben? Das, alle Zahlen, die hier drin stehen, sind dann die, die Hunderter. Und hier oben oder links, je nachdem, wie du es siehst, hier oben links, ist dann die Tausender-Stelle. Und lass uns mal schauen, wie das aussieht, wenn wir hier gerechnet haben. Und zwar nehmen wir mal die 7 und die 4. Also wir haben 7 mal 4 gerechnet. Und wir haben gesagt, okay, 7 mal 4 ist 28. Schreiben wir hier rein. 28. Oh, das kann man nicht mehr lesen. Ich nehme mal, nehme ich dann hier. Blau, so. 28. Aber im Ende, eigentlich ist es gar nicht 28, sondern wir haben ja hier 7 und 4 gerechnet. Das heißt, das ist diese 7 und diese 4. Und diese 4 ist eigentlich eine 40. Das sind ja 48. Das heißt, man könnte die 48 ja auch so schreiben. 40 plus 8. Und hier steht eigentlich diese 40. So, das heißt, was du eigentlich rechnest, ist 7 mal 40. 7 mal 40. Und 7 mal 40 ist nicht 28, sondern 280. Und 280 könnte man auch als 200er schreiben, stimmt's? Genau. Und genau das steht hier auch drin, nämlich in der 10er Spalte sind 8, also 8 10er. Und in der 100er Spalte sind 2, also 200er da. Und das sind unsere 280, 7 mal 40. So, und genau das Gleiche ist so auch passiert für die 2 mal 4. Für die 2 mal 4 eigentlich ist es ja 20. Jetzt lassen wir mal eine andere Farbe nochmal nehmen. Jetzt ist es ja hier diese 2 von der 27, das ist eigentlich eine 20. Das hier ist eigentlich eine 20. Was wir eigentlich gerechnet haben, ist 20 mal 40. 20 mal 40. Und 20 mal 40 ist 800. Das heißt, das sind 800er. Und genau deshalb stand hier auch, was wir gerechnet haben, ist 2 mal 4. Und wir haben hier reingeschrieben 0 und 8. Und die 8 steht hier drin, weil das sind genau diese 800er. Die 8 in der 100er Spalte und 0 in der 1000er Spalte, also 800er. So, und 7 mal 8 hatten wir eingetragen als 56. 7 mal 8, das sind jeweils die 1er von hier oben. Das heißt, das sind auch wirklich 56. Das sind 6 1er und 5 10er. Die 5 steht hier in der 10er Spalte. Und 2 mal 8 ist eigentlich, lass mich nochmal eine andere Farbe nehmen. Was nehmen wir denn hier? So nochmal hellblau. Das ist eigentlich 20 mal 8. Oder rechnen wir jetzt erstmal unsere 2 mal 8. Was hatten wir geschrieben? Wir haben gesagt, das ist 16. Und dann haben wir jetzt 16 eingetragen. Aber eigentlich ist es 20 mal 8. Und 20 mal 8 ist 160. 160 ist eigentlich nichts anderes als 6 10 und 100er. Und genau so steht es hier auch drin. So, und du siehst also in der Gitter-Multiplikation hast du eine relativ leichte, einfache Methode, mit der du es schaffst, dass alle Ziffern in der richtigen Stelle aufgeschrieben werden können und dort einsortiert werden können. Und wenn du dann die Multiplikation im Gitter abgeschlossen hast, kannst du alles zusammenzählen. Und das machst du dann, wie im letzten Video auch schon erklärt, einfach pro Diagonale. Das heißt, zuerst rechnen wir alles, was in der 1er Diagonale steht zusammen. Hier steht nur die 6, das heißt, das waren die 6. Und dann rechnen wir alle 10er zusammen. Das heißt, eigentlich steht hier 60, 50, 80. Was wir zusammenrechnen, ist jetzt die 6, die 5, die 8 für die 10er-Diagonale oder die 10er-Spalte. Und das sind 19. Also, was wir geschrieben hatten, waren 9 und 1 gemerkt in die 100er-Spalte. Aber 19 ist ja nichts anderes als 9 10er und 100er. Deshalb macht es auch Sinn, dass der 9er hier in der 10er-Spalte bleibt und die 1 hier in die 100er-Spalte wandert. So, und jetzt rechnen wir alle 100er zusammen. Das ist 1 plus 1 ist 2, plus 8 ist 10, plus 2 ist 12. Hatten wir so aufgeschrieben. 2 und 1 gemerkt. Und du siehst schon, das heißt, 12 ist ja nichts anderes als 200er und 1 Tausender. Und deshalb ist der eine auch hier oben in die 1000er-Spalte gewandert. Und dann rechnen wir noch alle Ziffern, die in der 1000er-Spalte oder in der 1000er-Diagonale stehen zusammen. Und das ist nur die 1. Und damit haben wir unser Ergebnis 1296. Ich hoffe, das hat jetzt schon ein bisschen Sinn gemacht. Also, ich denke, im Wesentlichen ist die Gitter-Multiplikation. Hilft einem einfach, dass alle diese Zahlen in die richtigen Spalten einsortiert werden. Und dadurch bleibt das alles relativ kompakt. Lass uns nochmal bei dem etwas größeren Beispiel mit den größeren Zahlen noch ein paar Einzelteile rauspicken. Also, hier haben wir genau das Gleiche gemacht. Wir haben gesagt, das ist die 1er-Spalte. Ich schreibe das jetzt mal so hin. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Das ist die 10er-Spalte. Das war die 100er-Spalte. Das ist die 1er-Spalte. Oder Diagonale, je nachdem, wie das aussprechen wird. Das ist die 10.000er. Das ist die 100.000er. Ja, wird schon ein bisschen eng hier. 100.000er, so. Und das ist die 1er-Spalte. Schreibe ich mal hier 1er-Spalte. So, und genau so kann man das dann auch lesen. Das heißt, was wir hier gerechnet haben, ist zum Beispiel 9 mal 7. 9 mal 7 ist 63. Das heißt, 3 1er und 6 10er. Oder lass uns mal hier die 4 mal die 8 anschauen. Da kam 32 raus. Lass mich das mal hier ein bisschen umrahmen, dass du es besser siehst, was ich meine. Hier kam 32 raus. Aber was wir eigentlich gerechnet haben, waren 400 mal, mal, also diese 4, 400 ist es ja, und 787, also mal 80, also eigentlich haben wir gerechnet, 400 mal 80, 400 mal 80 und 400 mal 80 ist 32.000. So, und 32.000 ist nichts anderes als 2 Tausender, die stehen also hier, die 2 in der Tausender-Spalte und 3 Zehntausender. Das ist die 3, die hier in der Zehntausender-Spalte steht. So, ich hoffe, das macht für dich einigermaßen Sinn. Wie gesagt, Gittermultiplikation ist einfach eine alternative Art und Weise, wie du Zahlen miteinander mal nehmen kannst. Ich denke, der größte Vorteil ist, dass es alles relativ aufgeräumt ist. Ich meine, wir haben jetzt alles Mögliche hier noch hinzugeschrieben, aber im Endeffekt ist es so aufgeräumt wie hier oben, dadurch auch relativ platzsparend. Und wenn du die Zahlen im Kopf multiplizierst, hast du noch den großen Vorteil, dass du zuerst alle Zahlen miteinander mal nehmen kannst. Dann legst du im Gehirn einfach einen Hebel um, bist mit der Multiplikation durch und kannst dann zum Schluss noch alle Zahlen miteinander addieren. Du musst nicht immer hin und her springen. Ich denke, das macht die Gittermultiplikation auch so charmant. Und ich hoffe, du hast damit viel Spaß. Probier einfach noch ein paar weitere Übungen aus. Bis dann. Tschüss.